Seid gegrüßt, wir reagieren heute auf die 19. Folge von Nachschlag, der Talkshow, wo Paul Brandenburg, Kevans Offizierwasch und Dieter Dehm immer miteinander diskutieren. Heute geht es um die Machtergreifung, das Corona-Verschweigen und den Potsdamer Watergate-Skandal. Nun ja, ich will gar nicht lange drum rumreden, ich habe mir die Talkshow, wie üblich, wenn ich darauf reagiere, vorher nicht angesehen, deswegen bin ich genauso gespannt wie ihr, was die drei uns hier heute mitzuteilen haben. Willkommen bei Nachschlag, der wöchentlichen Vorführung der Tatsache, dass keiner von uns dreien hier plötzlich und unerwartet Selbstmord begehen würde. Und das sind, neben mir, wie immer, die ich sehr herzlich begrüße, Dieter Dehm und Kevans Offizierwasch. Seid gegrüßt, ihr beiden. Guten Tag. Wir haben wieder drei Schlagzeilen für euch, die heute lauten, erstens, wir erleben den Vorabend der Machtergreifung, zweitens, Corona verschweigen, killt weiter und drittens, mutiert das Geheimtreffen zum Watergate-Skandal? Wie immer könnt ihr abstimmen auf Nachschlag.express, und das habt ihr auch letzte Woche getan, mit einem mehr als eindeutigen Ergebnis. Mit 90 Prozent, über 400 Stimmen, hat die Regierung, gibt die Opposition zum Abschuss frei gewonnen. Kevan, herzlichen Glückwunsch, Dieter und ich teilen uns praktisch identischen Punktzahlen, den zweiten und den dritten Platz. Wenn ihr schon zum Abstimmen auf der Seite seid, vergesst nicht, Medien vertreten die Interessen derer, die sie bezahlen. Seid so gut, lasst ein paar Center für die Fortführung dieser Sendung. Und dazu besteht mehr als aller Grund, wie ich leider gleich ausführen werde. Ja, wie gesagt, wir erleben den Vorabend der Machtergreifung. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Denn was wir gerade erleben, ist mehr oder weniger so... Ja, muss man immer so eine harte Wortwahl haben. Also ganz ehrlich, Machtergreifung, das ist bei allen Deutschen jetzt immer mit dem, was 1933 ist, assoziiert. Also die Einrichtung einer Struktur. Und bin ich kein Fan von, da immer gleich den größten geschichtlichen Hammer auszupacken. Obwohl Machtergreifung, das Wort an sich ja erstmal nur neutral, beschreibt, dass eine Gruppe die Macht ergreift. So schon einmal gewesen. Wenn ich in die Doktorarbeit meines Großvaters schaue... Um jetzt nicht missverstanden zu werden, das Wort an sich, das finde ich jetzt nicht so schlimm ist. Aber es ist halt bei allen Deutschen, die das hören, sofort mit bestimmten historischen Ereignissen assoziiert. ...der als Jurist über das Weimarer Polizeirecht promovierte, ist die erste Seite ein Hinweis, ein Vorwort, der nachträglich eingefügt wurde. Das lautete, das folgende ist, der am Vorabend der Nationalen Revolution entstanden und kann deswegen den jüngsten Ereignissen nicht Rechnung tragen. Das Ganze natürlich in einem Stil, der erkennen lässt, dass diese jüngsten Ereignisse durchaus im Interesse des Verfassers waren. Das musste mein Großvater tatsächlich seine Arbeit vorstellen. Ansonsten wäre sie nicht angenommen worden von der juristischen Fakultät, an der er das Ganze gemacht hat. Er war Sozialdemokrat, glühender Nazi-Hasser und trotz allem mit seiner Arbeit über das liberale Weimarer Polizeirecht, in dem... Ähm, danke, Seppi, dass du MTH aus AB ein Abo geschenkt hast. Er lobte, wie die Demokratie vorbildlich damit umging, verschiedene Meinungen gegeneinander auszuabzuwägen. Ging er dann in die Luftwaffe, wurde da auch abgeschossen und hielt dafür wiederum von den Nazis ein Orden, die er so sehr hasste. Welch Ironie. Dass der Orden sich übrigens noch in meinem Besitz befand, unter einem Berg von anderen Dingen meines Großvaters, diente dem Staatsschutz der Berliner Polizei bei seinem letzten Besuch als Beweis meiner Gesinnung. Dass man eben unter anderem diese eine Urkunde meines Großvaters war. Es wurde mir triumphierend entgegengehalten. Ihr dürft bloß keine historischen Dokumente mehr aufbewahren, sonst kommt der Verfassungsschutz bei euch vorbei. Also das ist ja wirklich irre. ... und mir erklärt, damit kläre sich nun alles. Ihr wisst es, ihr Lieben, die Plattitüle lautet, Geschichte wiederholt sich nicht, Geschichte reimt sich. Und genau das macht sie gerade. Alle Requisiten des alten Faschismus liegen wieder auf der Bühne. Und auch die Schauspieler sind schon wieder im Kostüm. Du erkennst sie an ihrer Grobschlechtigkeit, der Grobschlechtigkeit ihres Geistes, wie auch der Ästhetik ihres Auftritts. Und der Tatsache, dass diese fettleibigen Faschisten mit Armbinde am liebsten offensichtlich vor die Kameras treten. Sie fordern jetzt schon wieder Atombomben für Europa. Aber Atombomben im quasi gleichen Atemzug, nachdem sie erst die Atomkraftwerke abschalten wollten. Und der Kriegshetzer Roderich Kiesewetter erklärt uns allen Ernstes, dass es Zeit ist, den Krieg nach Russland zu tragen. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs rief der Kaiser damals, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Hitler behauptete dann, es wird zurückgeschossen seit 5.45 Uhr. Das war nötig, weil der Pole uns angeblich angegriffen hat. Und alles, was wir uns heute noch fragen müssen, ist, was die neuen Faschisten... Naja, ich würde Kaiser Wilhelm jetzt nicht als Faschisten bezeichnen. War Kriegstreiber okay, also auf einer Stufe mit Kiesewetter würde ich ihn auf jeden Fall stellen. Aber es ist, wenn man sich die Kriegserklärung damals von Kaiser Wilhelm anschaut, vielleicht sollten wir da auch mal drauf reagieren. Also, was er da seinem Volk erzählt hat. Er hat nämlich ziemlich rational begründet, dass Deutschland jetzt in den Krieg ziehen müsse, um eben den Status von Österreich-Ungarn als Großmacht zu bewahren. Das ist eben darum, Geobündnisverpflichtungen zu erfüllen. Er hat da nicht groß von Demokratie, von unserer Art zu leben gefaselt, sondern er hat davon gesprochen, dass es in Deutschlands nationalem Interesse sei, jetzt Krieg zu führen. Also dieses große Wertepremborium, was uns heute immer aufgeführt wird, wenn wir da in Afghanistan irgendein korruptes Marionettenregime an der Macht halten müssen, was sogar schon vor unserem Abzug zusammengebrochen ist, dann wird uns das verkauft. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Wir verteidigen da unsere Werte gegen den bösen Islamismus. Jetzt verteidigen wir unsere Werte gegen den bösen Putin, einen Widergänger Hitlers und was da unsere Propaganda nicht noch alles für dumme Sachen erzählt. Aber damals war dieser Werte-Imperialismus noch nicht so angekommen in Deutschland. Also das war damals tatsächlich eher die Sache der Amerikaner, dass man da mit der Verteidigung von Demokratie und Freiheit argumentiert hat, wenn man gerade wieder irgendwo Krieg geführt hat. Also das ist sehr interessant, wie sich die Begründung von Kriegen, wie sich die geändert haben. ...brüllen werden, wenn sie diesen Krieg vom Zaum gebrochen haben. Denn dass sie das wollen und alle Waffen dafür in Stellung gebracht haben, das sieht jeder, der noch Augen hat, im Kopf zu sehen. Neben den Armbinden und den anderen Insignien dieses Faschismus ist jetzt auch das Heimtücke-Gesetz zurück. Das war jenes Stück Gesetzgebung, mit der die Nazis verboten haben, den Staat zu verhöhnen, verächtlich zu machen oder sich irgendwie seiner Symbole zu bedienen in irgendeiner irritierenden Art und Weise. Das Heimtücke-Gesetz heißt bei Nancy Faeser Demokratiefördergesetz. Das ist die Handschrift des Neofaschismus, das ist die Orwellsche Umkehr oder die satanische Umkehr der Begriffe vollzieht. Und das Demokratiefördergesetz ist nichts anderes als das endgültige Demokratieschaffungsgesetz. Denn Nancy Faeser hat uns ganz klar erklärt... Ich weiß nicht, ob man da immer gleich mit der Nazi-Keule kommen muss. Sowas gab es in der DDR, sowas gab es im Kaiserreich, dass man eben den Staat nicht verhöhnen durfte. Also ist jetzt in Meinungsfreiheit nicht unbedingt ein Vorbild, weder das Kaiserreich noch die DDR. Aber man muss nicht immer mit dieser ganz großen historischen Keule kommen. Also es ist meine Meinung. Ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, wie ihr das seht. ...gegen wen es geht. Selbstverständlich und wie immer gegen Rechtsradikale, gegen die neue Rechte auch, die so etwas wie ein Bindestück sein soll, zwischen der, ich nehme an, alten Rechten, dem, was wir in Uniform kennen, was vielleicht Nazis waren und dem, was sie heute als rechtsradikal betrachtet. Und was sie als rechtsradikal betrachtet, hat sie uns nicht direkt gesagt, aber eine ihrer Transjournalistinnen, dieser Journalisten-Darsteller, die von den Zwangsgebühren bezahlt beim Propagandasender des Staates arbeiten. Nein, eine ZDF-Frau hat doch erklärt und sie behauptet, es sei satirisch gewesen, aber hat getwittert, Nazi ist alles, was nicht die Grünen wählt. Die Reaktionen ihrer Follower lassen darauf schließen, dass das alles andere als sarkastisch bei ihrer Bubble ankommt. Und wir dürfen davon ausgehen, es ist tatsächlich die Einstellung dieser Leute. Oder wie Dieter Dehm es so schön sagte, rechts von der AfD, da kommen nur noch die Grünen. Wie weit wir damit sind, hat diese Woche eben, besagter Dieter Dehm, auch abbekommen, als er von Twitter Ex-Verband wurde. Denn offensichtlich ist ja auch einer dieser Rechten, deren Meinungsfreiheit eingeschränkt werden muss oder der in irgendeiner Weise den Staat verhöhnte. Ich weiß nicht, was es war, ob du den Staat verhöhnt hast, Dieter, du hast ein Gedicht geschrieben und wurdest dafür von Ex-Verband. Vielleicht bist du so gut, das gesätlich dir einmal kurz vorzutragen, damit sich jeder selber eine Meinung bilden kann. Ja, ob das jetzt bewusste Menschen waren oder Algorithmen und Bots, das kann ich natürlich nicht sagen. Ich tippe jetzt erst mal drauf, dass da das Wort Hitler drin ist. Aber in einem ganz anderen Zusammenhang, weil ich dieses Plakat gesehen habe, was sie da wohl in Aachen getragen haben, AfDler töten, was da draufsteht. Und das hat mich so aufgebracht, dass ich folgendes Gedicht geschrieben habe. Das war ein, Entschuldigung, das war ein Plakat, was bei einer staatsgeförderten und staatsgewollten Demonstration für die Demokratie gezeigt wurde. Ja, und ich lese es jetzt mal ein bisschen mit der Stimme, die ein bisschen imitiert ist. Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht zu glorios. Die Widerstandskämpferin. Ich bin die Sophie Scholl 2.0. Ich hab vom Mob die Schnauze full. Ich kleb mich fest vor Hitler 2. So bremse ich die Barbarei. An meiner Meinung, meinem Wesen, das soll die ganze Welt genesen. Der Stauffenberg war blöd und feige erlaubt, dass ich es euch mal zeige. Wer macht mit, AfDler töten, die Nazi kröten, Fetzer treten. Wenn wir, und auch sind wir stolz, von Böhmermann bis Merz und Scholz, wozu Gerichte Beipal spenden, unwertes Leben rechts beenden. Seit wir gegen Moskau zogen, er strahlt das Heer im Regenbogen. Wen macht er denn gerade nach? Also ich hab das jetzt tatsächlich nicht erkannt, wessen Stimme er da gerade nachgemacht hat. Aber er macht sich da ja offensichtlich über diese ganzen Nazi-Vergleiche, die bei diesem Projekt und diese wirklich weitestgehende Hetze gegen einzelne AfD-Politiker oder gegen AfDler und AfD-Wähler insgesamt lustig. Also wer die AfD mit Nazis vergleicht, der vergleicht sich ja selbst mit denjenigen, die sich den Nazis damals entgegengestellt haben. Also das ist ja schon sehr besorgniserregend, was für eine Enthemmung des Diskurses wir da erlebt haben. Und da macht Dieter Dehm sich jetzt drüber lustig. Das ist ein Gedicht, was soll provozieren, aber das ist eindeutig Kunst. Also da kann man jetzt, glaube ich, nicht groß was gegen sagen. Die Botschaft, die ist ja relativ eindeutig. Er bringt hier selbst keine leichtfertigen Nazi-Vergleiche, sondern er macht sich über diejenigen, die diese Vergleiche bringen, mit diesem Gedicht lustig. Dafür wurde dann heute Abend, gestern Abend, Z gesperrt. Ich soll das streichen oder ich bliebe gesperrt. Mal sehen, was heute im Laufe des Tages... War das eine Audio-Version oder hast du es nur in Schriftform? Ich habe es nur in Schriftform. Na gut, bei der Audio-Version hätte ich vielleicht noch ein bisschen Verständnis, aber Schatz beiseite. Das, was Nancy Faeser ankündigte und Bärbel Baas, nein, wie heißt die Paus, in Vertragung Lisa Paus sinngemäß sekundierte, dass nämlich Meinungsfreiheit dort ihre Grenzen hat, wo nicht strafbare, hassartige Inhalte verbreitet werden oder eben besagte Verhöhnung des Staates und seiner Demos. Subsumieren wir das, was du hier gerade gemacht hast, Dieter, mal ganz weit unter Verhöhnung der Demos, die da stattfinden. Dann ist das offensichtlich mittlerweile, selbst für das ach so liberale Ex, schon ein Grund in vorauseilendem Gehorsam zu sperren. Und das kann nur der Anfang gewesen sein von dem, was Nancy Faeser davor hat. Denn, Kevan, wir sehen oder hören sehr deutlich raus, dass Frau Faeser jetzt auch die Leute im Visier hat, die an Menschen wie dich oder an Menschen wie mich Geld spenden wollen. Dass sie uns die Konten kündigen, kennen wir schon lange. Es gibt Kollegen, die haben da 13, 14 Zyklen hinter sich und mussten die Banken wechseln. Aber es war eine recht unverhohlene... Deswegen sind alle ja bei der Volksbank Pirna. Dank Markus Lanz ist die ja jetzt landesweit bekannt. Drohung jetzt von Faeser, dass in Zukunft die Leute tatsächlich staatsanwaltschaftliche Untersuchungen kriegen oder Kontoabschaltung, die an uns spenden. Das heißt, es werden die, wie sie sagt, Netzwerke erst einmal dargestellt. Ich hoffe, dass mein Dauerauftrag an die Nachdenkseiten jetzt nicht irgendwie zu Problemen führt. Also das ist wirklich schon dystopisch, was da passiert. ...stellt mit geheimdienstlichen Mitteln, damit danach der Staatsanwalt zu den Spendern kommen kann. Das ist der Griff an die Gurgel. Auf jeden Fall. Ich meine, wer jetzt noch nicht verstanden hat, was hier geht, der will das offensichtlich nicht verstehen und glaubt, dann ist es ja immer so, wenn es zu schrecklich wird und die Ohnmacht sich aufbaut, dann ist es das Beste, dass man den Kopf in den Sand steckt und dann geht das schon vorüber. Also da gab es diesen Spruch in Deutschland, halt dich raus, dann kommst du um nichts rein. Das galt weniger für diejenigen, die dann doch in den Lagern geendet sind oder aber auch für Leute, dass man sagt, ja, haben die Alliierten denn um dich herum bombardiert? Du hast ja vielleicht sagen können, ich war die letzten 13 Jahre total unpolitisch. Ich habe mich da nicht drum, haben das die Alliierten bedacht. Worum es hier geht, ist noch eine neue Qualität, dass man nicht nur die ausschalten möchte, die, und da sind wir dabei, die Regierung kritisieren. Das macht ja nicht das Parlament, dass so etwas fordert die Regierung. Die Regierung definiert eben auch, welche Kritik erlaubt ist. Die definiert ja auch über ihre Spezialgesetze, was Demokratie bedeutet. Also Kritik bedeutet dann, wenn man die Regierung kritisiert, ist das keine Demokratie mehr und auch keine freie Meinung, sondern es ist dann Hassrede oder den Staat delegitieren. Aber sie gehen jetzt noch einen Schritt weiter, indem sie sagen, okay, da gibt es ja Leute wie du und ich, die sind unerschrocken, die machen das sowieso, aber es gibt auch Spender, die einfach sagen, ich möchte nicht die Süddeutsche Zeitung kaufen und die kaufe ich auch. Ich darf ja machen, ich zahle ja auch ZDF und ARD, aber ich möchte gerne A und B unterstützen, weil ich ganz gerne Tichy oder so lese, weil die können ja nicht ohne dieses Geld ihr Programm machen. Das gilt ja für alle, die wir hier sitzen. Danke, dass Günni hier ein Abo geschenkt wurde. Hier sitzen. Wenn wir kein Geld bekommen von unseren Minimalspendern, können wir unser Programm eben nicht machen, weil wir haben ja auch Technik zu bedienen und Manpower und Server zu bedienen und so etwas alles. Und wenn ich dann aber an die Einzelbürger herantrete, dann werden die relativ schnell damit aufhören. Man möge sich da mal umregend vorstellen, morgen wäre es strafbar, wenn man sich beim GEZ bezahlen erwischen lassen würde. Dann würde es keine GEZ mehr geben. Viele würden sagen, das ist eine gute Idee, wird aber nicht kommen. Also was wir hier sehen, ist eben, dass man die Bevölkerung einschüchtert und das Motto, warum gibst du dafür Geld aus? Das heißt, die freie Meinungsäußerung ist nicht nur verboten, sondern dass ich mich sogar auf der anderen Seite informiere, was die denn so sagen. Man könnte jetzt ja sagen, Entschuldigung, ich habe ja auch schon gesehen, die Hysterie bei dem Interview mit Putin, was ich über große Strecken auch sehr zäh fand, aber egal, dass man sich dadurch verdächtigt macht, dass man es überhaupt erwähnt. Also es gab ja in Deutschland, glaube ich, kein Video, wo nicht Ausschnitte, nur kleinste Ausschnitte kommentiert, wie das einzuordnen ist. Man traut dem Bürger offensichtlich nicht mehr zu oder man traut ihm sehr wohl zu, dass er sich ein eigenes Bild macht. Das soll er eben nicht. Das heißt, man kann ihm dann nachweisen, auf welchem Portal waren sie denn? Da sind die Stasi-Methoden natürlich zurück. Es geht letztendlich um Einschüchterung. Du sollst nur noch Propaganda konsumieren oder gar nichts. Und ich habe das ja neulich schon mal gesagt, es wird der Tag kommen, da müssen wir nachweisen, die entsprechenden Propagandasender im Monat so und so viele Stunden geguckt zu haben. Und eine Regierung, die so etwas macht, hat vor etwas unglaubliche Angst, nämlich, dass Journalisten oder auch Bürger Fragen stellen. Und wie gesagt, es ist nicht das Parlament, was so etwas diskutiert und das dann, sondern es ist eine Regierung, die nicht kritisiert werden möchte. Und eine Regierung, die nicht kritisiert werden möchte in einer Demokratie, ist eine Regierung, die sich die Diktatur wünscht und die über diesen Weg das eben macht. Und deswegen mit lustigen Formulierungen diese Gesetze ausbaut, da sind wir im Orwell-Sprech. Du kannst dich also jahrelang irgendwo hinkleben, kein Problem. Wenn du aber eine Demo machst auf einem Fußweg gegen irgendetwas, was der Regierung nicht gefällt, dann ist es ein Fußgänger-Belästigungsgesetz, kommt dann sofort. Und wie weit wir sehen, haben wir ja auch gesehen, dass wenige Stunden nach dem Geheimtreffen ein deutsches Theater in der Lage war, eine große Aufführung aufzuhören. Wir sehen, wie weit das schon geht. Den DDR-Bürger wundert das überhaupt nicht mehr. Mich wundert, dass Bürger das, was sie hier sehen und was sie aus diesen ganzen Filmen bei Entebau ja erkennen müssten, nicht wiedererkennen wollen. Und die Frage stelle ich mir manchmal. Wo ist da der Hemmschuh? Und was ist das Problem? Und du hast es ja auch gerade schon angekündigt. Ich meine, Digger kann man nicht auftragen. Als Scholz und Co. geht man nicht zu den Bauern, aber man ist beim Spatenstich dabei, wenn Rheinmetall eine Munitionsfabrik eröffnet. Da ist man dabei. Das Geld, was man bei den Bauern spart, das gibt man aus für den Ausbau des Kanzleramtes. Was ist denn das alles? Und das ist eben so ein Schlag ins Gesicht all derer, die von dieser Dreistigkeit so an die Wand gefahren sind, dass sie offensichtlich perplex sind. Und wenn wir diesen Schockmoment, wenn wir den nicht überwinden, dann werden die durchmarschieren. Das glaube ich. Eben, davon bin ich auch zutiefst überzeugt. Und die Frage, die sich dann für mich stellt, oder zwei Fragen sind am Ende, wann wird es sich ändern? Wann fängt, was muss noch passieren, damit es sich ändern? Und was kann man eigentlich tun? Und ich glaube, es wird sich tatsächlich erst dann ändern, wenn Dieter endlich zugibt, mit Verlaub, lieber Dieter, dass es da Faschismus ist, der vor unseren Augen aus der Kloake der Geschichte steigt. Dieser neue Faschismus ist sicherlich kein Nationalsozialismus. Er ist weder national, noch ist er irgendwie sozialistisch in seinen Inhalten. Das sind allenfalls die Protagonisten, die da handeln. Die waren das vielleicht dann mal in ihrer frühen Kindheit. Aber in beiden Punkten ist er das genaue Gegenteil dessen. Und wir Deutschen scheinen immer noch mehrheitlich, so blind meine ich, ihn nicht für Faschismus zu halten, weil wir glauben, wahrscheinlich durch Verblendungen und durch... Faschismus meint die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Also solange wir hier keine diktatorische Regierung nicht mehr abgewählt werden kann und hier systematisch Oppositionelle abgeholt werden, die also so Listen gibt mit Leuten, die in den nächsten Monaten doch bitte verschwinden sollen und dann sind ein paar Monate später ein paar tausend Leute tot, solange wir das nicht haben und wie gesagt, solange es Wahlen gibt, solange wir noch halbwegs bürgerliche... Also was heißt halbwegs, solange wir noch bürgerliche Freiheiten haben, finde ich dieses vom Faschismus sprechen übertrieben. Natürlich Eindruck, auch berechtigtem Eindruck der Katastrophe, der jüngsten Katastrophe unserer Geschichte, dass aller Faschismus nationalsozialistisch ist in irgendeiner Art und Weise. Und wir werden jetzt auf die harte Tour lernen, dass das nicht der Fall ist. Der Preis... Na, na, natürlich nicht. Ich meine, es gab ja auch Mussolini oder Franco, das waren ja auch Faschisten, oder die südamerikanischen Militärdiktaturen. Da kann man auch darüber diskutieren, inwieweit die... Also die trugen schon viele Merkmale, aber die waren halt nicht so bellizistisch wie die europäischen Faschismen. Und ja, ich will jetzt keine historischen Ausführungen hier machen. Ich will jetzt keine historischen Ausführungen hier machen. Aber ich finde, mit solchen Worten sollte man vorsichtig umgehen, da man sie sonst entwertet. Den ein jeder von uns in dieser Blindheit zahlen wird, die für diese Blindheit zahlen wird, der wird darin bestehen, dass am Ende Haftstrafen für genau das ausgesprochen werden, was wir gerade getan haben. Die Verhöhnung von Nancy Faeser wird irgendwann genauso teuer sein, genauso strafbar sein, wie jetzt der Hitlergruß oder andere Dinge. Es wird ein Meinungsstrafrecht geschaffen, was ausufert. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass der Preis dafür, nicht zu handeln, in gleichem Maße steigen wird, wie der für Strom und Gas. Und jeder, der das tut, wird irgendwann aufwachen und sich sagen, Guten Morgen, Deutschland und Heil Faeser. Da gibt es nichts zu rütteln. Und daran tun kann man tatsächlich etwas, aus meiner Sicht. Und das ist es, nicht mitzumachen und in Kauf zu nehmen, dass man dafür verfolgt werden wird. Wer jetzt aufhört zu spenden, es muss nicht an mich sein, es muss auch nicht an Kebwan sein, sondern an die genannten Kollegen Tichy oder wen auch immer, der wird sehr viel mehr verlieren, als die paar freien Stimmen. Der wird nämlich das Recht verlieren, solche Kritik vorzubringen. Und wer nicht jetzt aufsteht und Nancy Faeser eben genau verhöhnt und Ricarda Lang und Olaf Scholz und alle anderen nicht gebraucht macht von diesem Freiheitsrecht, und zwar in einem Maße, dass es die Betroffenen stört, der wird dieses Freiheitsrecht verlieren. Das ist völlig klar. Ich bin auch der Meinung, dass das nicht reicht. Ich bin der Meinung, dass wir unsere sogenannten GEZ-Zahlungen nicht mehr leisten dürfen. Das betrifft auch alle anderen Zahlungen an diesen Staat. Ja, macht euch strafbar. Ich sage es ganz direkt, was anderes bleibt euch nicht. Ob der Kanal noch lange auf YouTube bleibt. Also, naja, man muss es ja nicht. Ich weiß nicht, was solche Aufrufe wollen. Was solche Aufrufe sollen. Also, du kannst ja deine GEZ-Gebühren nicht zahlen, wenn du selber das für richtig hältst. Aber ich meine, Paul Brandenburg hat ja auch schon zig Anzeigen, die größtenteils ziemlich lächerlich sind. Also ist es ihm, glaube ich, jetzt egal, ob er noch eine wegen Aufruf zu Straftaten noch dazugekommt. Bleibt uns nicht. Es steigt vor unseren Augen der Faschismus auf. Er ist schon da. Und Nancy Faeser versucht mit ihrem Demokratiefördergesetz nichts anderes als die absolute Gleichschaltung der sozialen Medien und die absolute Gleichschaltung der staatsfinanzierten Medien, der staatsfinanzierten Presse. Es ist der letzte Moment. Und als stärkster Weckruf und als stärkste Warnung, meine ich, kann man den Widerstand der FDP dagegen sehen. Denn die hat ja gesagt, dieses Demokratiefördergesetz braucht keinen Mensch. Und Dieter, wenn die FDP gegen etwas ist und sagt, sie verhindert etwas in der Ampel, dann gehe ich davon aus, dass es mit Sicherheit kommt. Das ist das Einzige, wofür die FDP noch gut ist. Also, wo unsere Differenz liegt, habe ich ja schon hinlänglich an anderen Stellen gesagt. Ich halte das noch nicht für Faschismus, weil Faschismus hat etwas untrennbar zu tun mit Genickschussanlagen und Gaskammern. Die kommen. Die Lager kommen. Nein. Doch. Das können wir noch verhindern. Ganz erheblich. Und wie du richtig hast... Es kann sein, dass wir es noch verhindern können. Aber wenn es nicht gelingt, kommen die Lager und wir drei sind die Ersten, die einwandern. Selbst da würde ich glauben, kommen vielleicht noch welche vor uns. Wie du richtig sagst, Geschichte wiederholt sich nicht. Aber in einem Punkt wiederholt sie sich. Es war nie der Faschismus national. Er war nie sozialistisch. Er war nie Arbeiterpartei. Es war ein Marketing-Lüge von Goebbels, sich national, dann haben sie die Nation in Schutt und Asche gelegt, sozialistisch, dann haben sie Sozialisten mit Genickschuss erledigt, Arbeiterpartei, dann haben sie die Politik von Krupp, Thyssen, anderen Großkapitalisten gemacht, genannt. Also das ist alles... War nie... War immer Marketing. Aber zu deinem Thema... Ich sollte mich jetzt, glaube ich, noch mal zu... Ja, also das, was Dieter Dehm hier gerade gesagt hat, das könnte ich zu 100 Prozent unterschreiben. Aber außer nationalistisch, okay, es war ja jetzt nicht das Ziel, dass Deutschland nach dem Krieg in Schutt und Asche liegt, sondern man wollte Deutschland zu groß... Hat dann katastrophale Fehlplanung. Ja, hat dann halt zu viele Länder auf einmal angegriffen. Also das war jetzt nicht das Ziel. Also nationalistisch war der Faschismus schon. Aber ja, ja. Deine These da äußert. Natürlich ist es wichtig, aufzurütteln. Und manchmal muss man überziehen, um aufzurütteln. Wir sind in einem von vielen Leuten völlig unterschätzten Demokratie-Beseitigungsvorgang. Und die Demokratie ist die Luft zum Atmen, nicht nur für Gewerkschaften, die für höhere Löhne streiken, nicht nur für solche, die den Sozialstaat streiken, sondern für Leute, die gegen Krieg sind. Wenn die Demokratie nicht mehr da ist, wird die erstickte Situation und Atmosphäre genutzt werden, um Atombomben tatsächlich nicht nur anzuschaffen, sondern taktisch auch einzusetzen. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen darf man auch überziehen und muss eben immer im Hinterkopf wissen, die Herrschenden sind zu allem fähig. Ich bin schon allein deswegen Verschwörungstheoretiker, weil ich den Herrschenden fast jede Verschwörung zutraue, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir uns zurücklehnen. Dann braucht man für die Verschwörungen in Sachen John F. Kennedy, in Sachen Irakkrieg, mediale Verschwörung, braucht man eine Theorie. Dann ist man kein Spinner, kein Verschwörungsmystiker, sondern ein Theoretiker vorhandener Verschwörungen, wenn die Herrschenden versuchen, an die Portemonnaies und die Steuermittel der sogenannten kleinen Leute zu kommen. Und mit Verschwörungstheorie, Dieter, sind wir bei deiner Schlagzeile. Du sagst Corona, verschweigen. Ja, das war auf jeden Fall das erste Thema. Das war das erste Thema. Ja, aber wie gesagt, Faschismus ist halt die offenterroristische Diktatur von den ersten Elementen des Finanzkapitals. Also das haben wir definitiv noch nicht. Also offenterroristisch würde jetzt bedeuten, Regierungskritiker werden zu Tausenden abgeholt und umgebracht. Also so mag südamerikanische Militärdiktatur, vorher halte ich dieses vom Faschismus sprechen, wirklich für vollkommen überzogen. Also man muss die Sachen schon beim Namen nennen und ja, was wir hier haben, das ist eine denkliche Einschränkung demokratischer Grundfreiheiten, aber das ist kein Faschismus. Also das ist völlig überzogen. Das ist ein Faschismus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.